Wir haben hier Handdücher, es sind alle fort. Diese Takis, ne? Lemon. Was ist das? Coca-Cola. Wir haben hier Handdücher, es sind alle fort. Schatz, morgen sind wir 16 Jahre zusammen. Und das ist jetzt dein vorläufiges Geschenk. Schon nochmal. Das ist ein Teil. Also das andere kriegt schon morgen. Das kein Teil. Soll ich die Handschuhe noch anladen? Ich lasse mal an. Ich dachte, das wäre ganz witzig, wenn wir das heute machen. Was denn? Wenn wir das machen. Das eine ist ja, ich habe es ja bei der Nachbarin abholen müssen. Dann hat man ja gleich gesehen, dass das quasi hier so eine Sugar Gang Box ist. Aber es ist eine Mystery Box. Das heißt, es ist mysteriös. Ich glaube, diese Takis, ne? Da gab es in Kroatien eine Verzehrempfehlung, die nicht zu verzehren. Die Nitro. Alter, was ist da alles drin? Ein Shigi, Alter. Ein Pokémon. Aber was ist denn das? Ich kann kein Japanese. Schon die Brezel M&M's? Wie heißt denn der? Bisasam. 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 Aber was ist das? Das sind Nudeln mit Chili Hähnchen Steak. Also so Yum Yum, oder was? Ja, das ist mal kochen. Das ist auch. Das ist auch. Die hast du doch schon. Echt lecker, die. Die hatten wir schon. Was ist das? Von Damak Baklava. Ist das aus Türkei, oder? Türkei? Cream Colon. Das ist wahrscheinlich für den Tee, oder? Nein. Hier die... Hast du die aus derselben Box gehabt? Nein. Ich habe das eine gekauft. Okay, die Cookie Dough. Die hat die Ginny aber schon probiert gehabt. Kit Kat. Oh, Churro Cat. Und der Yum. Hier nochmal. Aber wie heißt diese Pokémon? Flutas. Chili Lemon. Strawberry Almond. Wahrscheinlich Schnüsse. Genau. Sour Patch. Oh, yes. Die sind geil. Yes, yes. Oh, was gibt's? Oh, was ist das? Coca Cola. Ja, Coca Cola. Doch, ich glaube schon. Kennst du das? Strawberry Asia. Ich habe nicht gewusst, dass das Coca Cola ist auf Asiati. Cola. Coca. Auf dem. Auf dem Finger. Coca Cola. Ja, ich habe da... Guck mal, ich habe es so angeschaut. Next. Gettolese. 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 Mike and Ike. Berry Blast. So wie die... Wie heißen die auf Deutsch? Mikado Sticks. Popping Candy Chocolate Flavor. Und Lay's Wasabi wahrscheinlich. Oh, Seta. Lay's Seta. Alge. Alge. Seta. Komm, ich war schon raus zum Opa. Und dann tasten wir die Box. Der Taste Test. Die B-Roll. Ja. Ich darf mal zu ehem schnappen. Dankeschön. Schatz, du musst warte. Weil wir teilen uns an. Stößchen. Ich warte gar nichts. Stößchen. Stößchen. Bei mir gibt es eine Sonderregelung. Ja. Ich renne das außerdem. Stößchen. Mega. Stößchen. Oh Gott. Samu. Stößchen. Tätig darfst du auch ganz essen. Der ist schon gut. Ey, da. Auch was, ne? Also der ist echt gut. Mhm. Also ich geb er acht. Ja, ja. Näch. Es geht los. Hier ist der Dennis. Hier ist Frau Abendbruch. Und hier bin ich. Und ich bin die Stimme aus der Licht. Mit was beginnen wir, ihr lieben, lieben? Urentscheidig. Ich mach mal kurz die Suppen, mach ich schreck. Also scharf esse ich nicht. Die sind nicht scharf. Also hier haben wir. Das ist unbezahlte Werbung. Takis. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Korean bean, Alter. Ja komm, Alter. Die hat absolut geschnitten, Alter. Wir essen gleichzeitig, oder? Ja, die stoßen an. Jenny. Viel Spaß. Stößchen. Darfst du das nicht essen? Ich will das nicht. Ich weiß nicht, was sie jetzt da haben. Was das ist. Schon geil. Schmeckt. Warum, Alter? Echt? Es schmeckt. Das ist lemon. Das ist lemon. Ja. Wie bei Mexikanern. Weißt du? Schade, Salsa mit lime. Also ich merke. Tomahama. Jenny. Muskelzinn. Und Dennis. Was hat jetzt Milch mit? Das ist ein bisschen scharf. Habaneros. Für die Wasabi Chips. Du machst die Wasabi. Du machst die Wasabi. Nein, nein. Wir machen alles zusammen. Ich esse kein Wasabi. Ich auch nicht. Aber ich will. Vielleicht schmeckt das richtig geil. Ich darf nicht. Warum? Weil ich blutkotz dann. Das ist doch kein Wasabi. Das ist doch kein Wasabi. Das ist kein Wasabi. Das ist kein Wasabi. Das ist kein Wasabi. Das ist Alke. Seaweed. Seaweed. Du hast wasabi gesagt. Wie geschiss. Jenny, du. Wenn es dann schmeckt, schmeckt es doch wie. Nicht wasabi. Das schmeckt es doch wie. Wie so Alke bitch. Ey, wirklich. Warte mal, warte mal, warte mal. Tschüss. Ich brauche Milch. Wenn es mir nicht schmeckt. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Es ist gesund. General ist in der Haut jetzt. Ich denke, die kann man essen. Ja, nein. Ja, diese Gesundheit. Stimmt, wir haben nicht bewertet. Doch, Hammer. Also mein Tasty ist es nicht. Doch, ich finde es lecker. Ich würde sagen, so, eine gute Sippe. Die Takis ist nicht mein Fall. Die Takis fand ich geil. Takis 2 von 10. Ich sag 3. Alke Chips 6 von 10. 3 von 10. 4. So, wie geht es jetzt weiter? Kechuro. Geht, geht, geht. 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 Ich weiß es nicht. Weil die Deutschen nur, dass die mit Schokolade fressen. Ich weiß es nicht. Ey, eigentlich. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ja. Ah, ich verstehe nicht. Ich hab schon mal nicht gehabt. Ja. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Doch, oder? Ja. Denn es riecht schmäler. Ich merke noch das. Ja. Aber. Es ist dann schlecht. Aber. Hine kommt jetzt langsam aus. Aber. Schmeckt so wie Zimt. Mh, mh. Mh, mh. Ja. Einer lang. Ja. Ja. Ich müsste es nicht. Stabini 5 von 10. Ja. Ich sag 8 von 5. 4. 5. M&M. Brezel. Schmecken gut. Schmeckt gut. Sind die alle blau? Ne. Auch bunt. Ah, ich sehe es krass. Stößchen. Moment. Ich mag das auch. Die H&M sind halt geil, ne? Aber das Brezel. Das ist absolut 10 von 10. Finde ich schon. Geil. Aber das Brezel kommt nicht durch. Doch. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Ich geb es. Ja. 7 von 7. 7, 7, ja. 8 von 10. Ne, 10 von 10. Jetzt nehmen wir hier ein paar Strawberry Mandels. Mh, Dennis. Naja. Was? Das ist halt Chemie, ne? Das ist halt so ganz fein. Mhm. Chemie. Man redet nur so chemisch. Chemie. Chemie. Wie die aus München. Chemie. China. Chiemsee. Ja, der Chiemsee ist ja der Chiemsee. Oder heißt der Chiemsee. Warte mal, Schatz. Das darfst du gleich essen, oder? Oh, das Erdbeer. Nicht so ein Erdbeer. Tötet mich. Mh. Hat was? Mh. Zu wenig Erdbeer. Hm? 14 muss ich. Also, everyday ist es jetzt, ne? Ist halal auf jeden Fall, Dennis. Ist was für dich. Ja. Hup, hup, hup. Naja. Mh. Ich jetzt sage 5 von 10. Ne, 6. 4. 4. 4. 3. 4. Wenn überhaupt die 4. Baklava. Wow. Danke aber. Echt reicht mir. Trämen wir mal so extra Halserhandel. Ich will gar kenne es. Willst du kenne es? Ne, warum soll ich auch die Hälfte denn? Dennis, wie soll ich da mal so ein Schneid beißen? Weiß doch nicht. Ah, ne. Mh. Schmeckt doch nur Pistazia. Mh. Oh, Pistazia. Kölnchen, Alter. Ne. Bruder, ziehen wir, oder? Ich habe Pistazia. Das schmeckt nur Pistazia. Ich finde es schmeckt mir gut. Mh. Auch verschlagen. Bruder, achte. Gumm. 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 Schmeckt wie der Käse. Du, als sie mühre. Gumm. Und du aber vorher gesagt. Oh, das ist nichts. Oh, 8不 10. Das schmeckt wie in der Schlupfe. Ne, das schmeckt gut. Ne, das schmeckt gut. Also ich finde es so gut. Was für Pistazia. Also, du, silberabend. Ne, Leute, hopp her ruff. Schmeckt nervischenbreich im Arsch. Also, canny, ne. Ja, du hast ne laune Zeit, ne. Ja, Höh. Was soll ich auch fangen? Biscuit, Popping Candy. Ah, candy. It's popped. Mikado? Ja. Ja, dunkel Schokolade, oder? Ganz richtig, wie mit Karostäbchen. Geil. Ja? Dann komm, dann probier ich. Obwohl, doch mal ja auch so geil ist. Das pitzelt im Mund. So, knistert, wie nennt man das? Knisterroh. Naja. Ja. Ah doch, das finde ich schon ein bisschen. Schuhe, ne? Das ist ein guter. Ja? Riesen. Naja, das ist schon ein guter, meine. Ja? Hier hat Maiken alt. Berry Blast. Geil. Mhh. Ich wollte das Lila noch. Nee. Ist schon nur das Rote. Ich hab mir das Blaue noch so. Jenny, was willst du? Whiteberry, Blue Raspberry, Strawberry, Blueberry, Peachberry. Eistroh. Eistroh. Wollt ihr einfach nur so gut? Nee, eins reicht mehr. Schwarz ist die sauer. Ich probier das Blaue. Das ist wirklich schön. Die Extreme Version von den Sour Patch. Ich mach nur das Cream Colondo. Ich will nichts mehr. Außer noch so gerne. Aber ich glaub das ist nicht extrem. Nee, ich glaub ich haben. Also für mich ist das kein Falsch. Ich nehm's weh. Dennis, Dennis. Ich bin ja auch. Schrecklich, ne? Was möchtest du machen, Schatz? Ich hab 10 von 10. Zumachen. Das Beste. Riesen geil. Du sollst zu knurken? Ja. Ich hab das so zugemacht. Extrem jetzt netz, aber geil. Der möchte einen Cream Colondo. Kids, nicht so sauer. Aber das ist auch Kids. Kids extrem super. Ah. Green. Mhm. Und? Neuner. Ich mag die total. Ich mag die total. Höhle. Eine. So. Ich bin nicht mehr. 10. 10. Die sind einfach geil. Mhm. Hier sind doch was drin. Ich kann nicht aufstehen. Der Hund ist so nah. Boah, das ist geil. Ja. Das ist Coca Cola. Ja, jetzt geh mal bitte du an den Schrank. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Mach das jetzt so schwer geschafft. Immer. Ja. Du hast immer ein bisschen Show dabei. Riech mal. Jenny kann das gleich mal klingen. Ich will auch nichts. Krass. Aber es wird gar net so chemiemäßig, ne? Ein bisschen. Das ist schön gekühlt. Mhm. Warte, Alter. Zieh mal ein. Nur so ein bisschen Nippie, Alter. Nur vorne. Nur ein bisschen Spitzel da oben. Eiskalt. Ist gut. Kann was hin? Kann. Kann was hin? Kann. Kann was hin? Kann was hin? Ja, ich mag Kikona, aber die ist schon gut. Oder das hat 9, 10. Also was würden wir jetzt auf die Box alles in allem geben? Cooler Setscher. 7 bis 8. Ja, ich bin auch so bei 7 bei 8. Ich finde es eigentlich eine ganz cool die Geschenkidee. Ja. Weil es ist wirklich von allem ein bisschen was dabei. Schokochips, Nudeln. Also wie gesagt, die Nudeln probieren wir doch. Super. Also Jenny meint ja, ich soll jetzt hier mal alle Suppen verköstigen. Aber ich glaube, ich drück mal nur die hier rein. Ja. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust so auf Instant, Instant. Aber ich denke mal ich dir, die eine kann man sich mal rein gönnen. Hä? Gut. Gut. Guck, so sieht das aus. Voll lebsch, Anna. Das ist jetzt Fried Onion Chicken oder so heißt das jetzt. Probieren wir nur die Suppe. Die Nudeln sind noch hart, denke ich. Okay. Ja. Ja. Furchtbar. Aber warum schmeckt denn das so komisch? So säuerlich? Ja, das stimmt. Warte mal. Ja, nochmal einen Löffel. Nein. Das ist Schmutz. Nein. Das ist nichts gut. Und andere? Mach das andere gleich mit rein. Was? Wenn man auf der Rückseite steht, auf der Rückseite steht hier, was ist das? Pokemon Rayman Cheesy Turkey Gengar. Boah. So. Also ich würde die eigentlich gar nicht mal probieren. Dein Reininr pas auf der Rückseite zu kommen. Ja. Okay. Oder es ist es, was ist das, was ist das. Das ist das mit dem Link. Oh. spice up.